Nächste Station, Wanner-Eickel Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächste Station, Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aufsteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Region. Auf Wiedersehen.